Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Woche stehen nochmals die Schokkihase in unseren Läden zuvorderst im Gestell. Und wie jedes Jahr sind auch diesmal herzige Neuheiten vom Arni-Confiseur ins Osternest dabei. Diese Rocherschale, dekorativ gefüllt mit verschiedenen Praliné und einem Has aus weisser Schokki. Dieser Beutel, gefüllt mit Confiserie-Eilchen und Schokkihäschen. Oder ein ganz neuer Arni-Hase mit Houten aus feiner Milch, weisser oder dunkler Schokki werden bestimmt bald entdeckt. Und jedes noch so gute Versteck eher früher als später verlassen müssen. Auch die Glasse-Becher von Goldstar haben auf die Osteren eine neue Rezeptur und ein schöneres Gesicht bekommen. Und präsentieren sich lustiger denn je. Fast ein bisschen ins Schwärmen könnte man kommen, wenn man Classico Premium Ice Cream probiert. Immer wieder sind die neuen Rezepte geprüft, verbessert und von Konsumentinnen getestet worden. Bis ein Produkt voller Eleganz, frische und einem Hauch Romantik entstanden ist. Wie schon bei den Dosen können Sie jetzt 5 verführerische Sorten Classico Premium Ice Cream auch im Becher probieren. Vom Erdbeerklassiker Romanoff oder dem schockigen Bananensplitt bis zum fruchtigen Pash Melba. Und, besonders praktisch, der Löffel wird bei allen Goldstar gelassen für sofortigen Dessertgenuss gerade mit dem Becherchen mitgeliefert. Lammfleisch ist an Ostern ja schon fast etwas wie eine Tradition. Und auch Armin Amrain, Küchenchef des Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, hat sich zusammen mit der Redaktion der Coop-Zeitung für ein entsprechendes Osternmenu entschieden. Die Welt wird immer kleiner. Wegenrum nicht einmal ein chinesisches Gericht an Ostern. Grüezi miteinander. Lammgocchi in dünne Streifen schneiden. Mit einer Marinade aus Citronensaft, Sojasauce, Sherry, Sesamöl und den typischen Gewürz nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung gut vermischen und im Kühlschrank zudecken mindestens eine Stunde ziehen. Wenn es soweit ist, gut abtropfen und im Wok oder in einer grossen Brotpfanne kräftig anbraten. Dann das Fleisch rausnehmen. Nochmal einen Esslöffel Erdnusshöl zum Vorgehen. Und zuerst Knoblauch und Pemperoncini, dann eingeweichte Pilze, Frühlingszwiebeln und Chinakohl dämpfen. Mit der restlichen Marinade und einem halben Deziliter Weisswein ablöschen. Kurz aufkochen und würzen. Dann das Fleisch und den Latteich dazugeben, gut mischen und zugedeckt eine weitere Minute durchziehen. Zu diesem chinesischen Landgericht mit Gemüse passen Landkornereis oder chinesische Nudali. Ich wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen und natürlich eine schöne Ostere. Bei uns gibt es jetzt aber nochmal Neuheiten von bekannten Marken. V6, der Zahnpflegekaugummi, schützt 10, wenn gerade mal keine Zahnbürste in der Nähe ist. Gegen den Karies verursachenden Säureangriff nach dem Essen oder Trinken gibt es jetzt Neu V6 Junior mit feinem Epi-Geschmack. V6 Junior, die ideale Ergänzung für die tägliche Zahnpflege, schützt vom Morgen bis am Abend. Langanhaltende Blutenduft verbreitet der Neu-Alzweckreiniger Eiax blütenfest. Eiax ist in der Duftnoten Frühlingsblumen und Blütenpracht erhältlich. Die schnell wirksame Autoaktivformel putzt besonders gründlich und auch Stunden nach dem Putzen riecht das ganze Haus wie ein richtiger Frühlingsgarten. Filterkaffee ist beliebt und gehört zu den häufigsten Zubereitungsarten. Kaffeefilter von GOB Ökoplan werden aus unbeleichtem Zellstoff aus Holz mit kontrollierter Herkunft hergestellt und auch die Packung bestät zum grössten Teil aus Altpapier. GOB Ökoplan Kaffeefilter, voller Genuss, aber umweltbewusst. Neben all den Neuheiten, die ich Ihnen heute präsentieren durfte, finden Sie morgen bei GOB natürlich wie gewohnt wieder günstige Aktionen. Junge Eranien im Viererset zum Beispiel kosten nur 8,80. Und Zweifelchips Paprika oder Natür 3,95. Mit der GOB Profit Karte gibt es Tamtam im Zwölferpack für 4,50 Franken. Ein NatLD Slimlight von der Marken Motorola inklusive EasyGuard kommen Sie über für 3,99 Franken. Und ein 23-teiliges Mal-Set von Garandasch gibt es für nur 28 Franken. Farben und Malen sind diese Tage ja hochaktuell. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt schon wunderschöne Ostern, viele Überraschungen, bunte Eile und süße Häseli. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017